Hier campen sie auf jeden Fall rein Hinter mir ist ne Panzerbüchse Perfekt, die hat zum Glück daneben geschossen Mal kurz nachschieben Dann hol ich die hier alle Ja, wenn ich Aim hätte Wenn ich Aim hätte, Leute Nein Oh, ich bin grad so schlecht, ne Wie könnt ihr mir zugucken Warum guckt ihr mir zu, Leute Warum guckt ihr mir zu Drei Schuss noch Perfekt Brauch Muni, muss unbedingt an Muni kommen Headshot 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 Nein So Freunde, was geht bei euch? Gute Neuigkeiten Die neue Karte Merkur, die ja eigentlich erst morgen ins Spiel kommen sollte Ist heute schon drin Und das Ding werde ich mir jetzt angucken In zwei verschiedenen Modi bis jetzt verfügbar Einmal Eroberung und einmal Durchbruch So, um mir erstmal ein bisschen Überblick zu verschaffen Ich snipe mal rein Was ist das denn für ein Ding? Ah, ich würde so viel dafür geben, wenn man die Dinger einfach so fahren könnte, ne Let's go! Woo! Let's go! Ich weiß, ihr habt's vermisst Oh mein Gott Habe ich noch Kugeln? Das ist ja alles so verpackt Die Nachlademation ist ja weg, wenn man Ja, im Liegen geht's Weg mit dem Da schwimmt einer irgendwo Kauft der rein Okay Leute, das erste, was wir ausprobieren müssen Kommt mal zu der Insel hin Ist der auch da? Ja, den hat er, oder? Oh Leute, man kommt da glaube ich nicht hin Ne, da ist Kampfgebiet Das sieht man auf der Karte Ach So eine schöne Insel, ne? Da könnte ich mich jetzt so da oben mit dem Sniper hinlegen Schreibt mal rein Wer findet es schade, dass man nicht auf die Insel kann Und wer feiert es, dass man nicht auf die Insel kann Okay, da das geklärt ist Lasst uns mal Durchbruch angucken Vielleicht bekommen wir jetzt eine richtig geile Durchbruch-Map Das wäre so nice Oh, perfekt Wenn man jetzt hier spawnt Ist man viel weiter vorne Als die da hinten alle Da oben ist schon einer Okay, weg mit dem Soll ich hier lang gehen? Hier ist kaum einer Dann flankier ich A von hinten Was macht der denn da? Die beiden? Oder drei? Wie viele das auch waren? Oh, die haben mich gesehen Die haben mich gesehen Okay, ich geh hier mal raus Ach du Scheiße Die drei Weiter, weiter, weiter Noch mehr Die beiden Oh Gott Jetzt wird reingefrankt Oh ja, oh ja Oh ja Die sind alle schon tot Da sitzt noch einer Was ist mit ihm los? Habt ihr das gesehen? Okay, weiter geht's Da kommt ein lecker schmecker Nate rein Die wird so schmecken, ich sag's euch Die schmeckt so hart rein Hier ist noch einer irgendwo Okay, die sind alle tot Und da ist einer Aua Okay, die laufen da rein Dann geh ich auch da rein Oder hier rum zumindest Okay, rein hier Der Oh nein Rechts auch noch Wo sind denn meine teammates? Frage ich mich die ganze Zeit Ich bin da immer alleine auf dem Spot Warte mal, ich drück mal durch Das will ich jetzt sehen Wo sind die? Die alle versuchen Die campen alle auf dem Stein Oder wie? Das ist ein Witz, oder? Okay, perfekt Die hier vorne haben auch B Ich frag mich, was die alle da komplett hinten machen Wir haben A Jetzt geht's weiter Oh, Feind getroffen 10 oder so Mit dem Smoke Oh ja, ich merk schon Hier ist alles sehr offen Hier ist alles sehr offen Okay, das sieht nicht einfach aus Hier gerade Kann ich bitte mal durch? Ich möchte hier Okay, dann nicht Oh Gott, das sieht wirklich nicht einfach aus Der Headshot, der gerade reingegangen ist Komm ich hier vielleicht lang? Da liegt eine AP-Mine Die beiden Die beiden Der Oh Gott Spawn-Bag manchmal weg Muni nehm ich noch kurz mit Okay, weiter durch Weiter durch Weiter durch Weiter durch Komm schon Komm auch hier Der Boy hier Da ist noch einer gespawnt Und da ist auch noch einer Und da ist noch einer Die Mates machen das schon Ich pfusche weiter zu Ich glaub ich muss mal von der Seite hier ausprobieren Okay, hier kann man einfach durchlaufen Warum macht das keiner? Muni? Man kann hier einfach durchlaufen Da liegen irgendwelche AP-Mine oder so Mach ich lieber mal weg Ist das irgendwie meine Aura gerade oder so Dass wenn ich hier hinlaufe Dass Dass es plötzlich für alle geht Oder wie? Muss ich das verstehen? Weil es halt gerade wirklich so Ich Die ganze Zeit kommt hier keiner hin Und ich lauf hin Und plötzlich kommen alle hier auch mit hin Ich glaub ich hab einen guten Einfluss Auf meine Teammates Okay Versuch ich mal hoch zu zettern Den zu holen Dann nehmen die das ein Ah, jetzt haben wir B wieder verloren Wo bin ich denn hier? Da liegt einer Hier über mir liegt einer Mal sehen ob er ein Headset hat Nein Oh doch, er hat sich gerade umgedreht Jetzt bin ich hier oben Oh Okay, dann räum ich mal wieder von hinten auf Oh, hier ist was Frage Soll ich A verteidigen Oder soll ich B angreifen gehen? Ich glaub ich muss angreifen, oder? Was meint ihr? Vielleicht soll ich auch verteidigen Weil hier ist halt kaum noch jemand Irgendwo hier ist einer Oh, hinter mir Okay Ich bin hier komplett alleine Mehr oder weniger zum verteidigen Dann kann ich nicht mehr retten Den nehme ich noch mit Oh nein Oh Gott Der noch Jetzt hier rüber Den Den Oh Gott, der hat mir noch gut einen mitgegeben Ich hab noch 13 Schuss Nein Ich glaub wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Ich hab das Hab ich das Wir haben's geschafft, glaub ich Oh ja, perfekt Ach du Okay Gucken wir mal, ob ich hier durchkomme Das sieht alles sehr Sniper- und MMG-freundlich aus Oh Gott Ich glaube die Liegen die da? Ich smoke mal ab Ja Hier natürlich liegen hier welche Und jetzt direkt rein Jo, hier ist keiner Ach, hier ist auch gar keine Flagge Lol Ich dachte, ich pushe hier grad ne Flagge Aber hier ist ja gar nix Wir müssen hier runter Oh, hier ist schön Leute, hier ist schön Okay, zu B oder A Ich glaub ich geh erst zu Ah, ich weiß nicht Mal gucken, wo man Mal gucken, wo mein Weg mich hindringt Da oben campen sie Hier campen sie auf jeden Fall rein Hinter mir ist ne Panzerbüchse Perfekt Der hat zum Glück daneben geschossen Mal kurz nachschieben Dann hol ich die hier alle Ja, wenn ich Aim hätte Wenn ich Aim hätte, Leute Nein Oh, ich bin grad so schlecht, ne Wie könnt ihr mir zugucken? Warum guckt ihr mir zu, Leute? Warum guckt ihr mir zu? Drei Schuss noch Perfekt Oh, Muni Muss unbedingt an Muni kommen Headshot 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 F ist anbeinet Wo hab ich's drauf? Ne, das ist Granate Warte, ich muss mal kurz gucken Optionen Tastenbelegung Gibt's irgendwo Nahkampf? Nahkampf Uh Uh und Maus 4 Oh, Maus 4 Ah Ja, dann hätte ich grad noch die Heftigste Streak aller Zeiten hingelegt Hätte ich gewusst, dass Nahkampf auf U und Maus 4 ist Äh Der macht das schon perfekt Aber geil Schön durchgefahren Es hat grad übe Laune gemacht Und das werde ich jetzt direkt nochmal Nachlegen Aua Geh mal kurz vorbei Gehen angelockt Jetzt wegsprayen Okay Da kommt noch einer Okay, ich muss hier mal Nicht schießen jetzt Okay, jetzt kannst du kommen Ah, ich war bei ihm Okay Der hat mich nicht gesehen, hoffentlich Die beiden Kurz mal hinlegen Ich bin nicht am Leben Ich bin nicht am Leben Alles gut, Leute Das ist made Perfekt Wir pushen hier schon durch Mega geil Aua Hier lag eine AP-Mine Warum auch immer Und der erwischt mich im Flug Durchbruch Macht grad echt Richtig Spaß Nein Ne, 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 ne Ich hab jetzt hier nicht Oh, ich dachte ich hätte den Bug Aber Nice Ehre von ihm, dass er mich wiederbelebt hat Okay, wo bin ich hier? Okay, der denkt jetzt Ich komm hier Das war der aber nicht Perfekt Da noch einer Aufstehen Okay, da oben sind wieder welche Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Perfekt Jetzt die Frage Wie ich hier durchkomme Schlechtes Reim Aua Wo bin ich jetzt hier? Bin ich hinter allen? Bin ich Wo bin ich? Okay, anscheinend Oh Gott Ich Na Gott Kann ich ihn retten? Ne, kann ich nicht Schade Ich glaub wir schaffen es nicht mehr Wenn jetzt einfach jeder Spieler aus dem Team raufrennen würde Wir hätten es sofort gewonnen Schade Schade, wenn irgendwie ein, zwei mehr Leute in meinem Team gewesen Die auch mal gepusht hätten Dann Hätte das vielleicht geklappt Aber trotzdem Sehr, sehr nice Runde Durchbruch auf der Karte ist verdammt nice Auf jeden Fall Das ist die neue Karte Merkur Wie gefällt sie euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare Wenn ihr keine weiteren Battlefield 5 Videos verpassen möchtet Lasst doch gerne ein Abo da Vielen Dank dafür Wenn ihr Bock habt Könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben Ein Like geben Auch vielen Dank dafür Und tschüss Und tschüss